Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal und herzlich willkommen zu meinem Review zu dieser wunderschönen Tassator. Das ist die Apex Pro TKL und die ist echt gut. Nämlich, man kann schnell editieren und ja, hier ist so ein kleiner Display. Hier kann man so Sachen einstellen wie zum Beispiel was richtig cooles. Wann die Taste reagieren soll, also keine Ahnung, ich habe das niedrigste eingestellt, also ich drücke noch ein bisschen die Taste rein und ich laufe schon. Also ich muss nicht durchdrücken oder so. Ich laufe schon ultra-früh und das ist richtig heftig. Das kann man da einfach einstellen so und das ist krass. Und man kann zum Beispiel auch andere Profile laden, zum Beispiel, keine Ahnung, wegen LEDs oder so, da RGWs. Ja. Und ja, das ist nice. Auf jeden Fall spielen wir heute ein bisschen Fortnite mit der. Ja. Und ich hoffe, wir zerstören alle Gegner. Aber ich kann es nicht versprechen. erstmal noch ein bisschen einspielen und bauen und dann geht's los. Ja. Bis gleich. So, wir gehen direkt Shifty. Ähm. Wahrscheinlich der mir eh direkt da war. Ja. Ja. Da gewinnt halt immer der, der die Westerfahrt. Und das bin meistens nicht ich, hä. Oh wei. Ja. Ich hab ne krasse Waffe. Ähm. Ja. Aber keine Gegner. Toll. Ja. Ja. Und никаких zu tun. Ähm. Okay. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe auch so in Windows gedrückt. Man kann, glaube ich, sogar in der Software einstellen, welche Taste schnell gedrückt werden soll, welche nicht. Da könnte ich eigentlich Windows nicht schnell machen, weil ich habe auszusehen die Tasche berührt. Oh, ja. Oh, ich kann nicht. Oh, ich kann nicht. Oh, ich kann nicht. ja ja das war jetzt auf jeden fall nicht so meine beste leistung aber ja ich hatte keinen auf jeden fall die season ist schon mal hundertmal besser als alle chapter zwei seasons zusammen die ist richtig da ich glaube meine lieblingsseason von allen ist glaube ich sie sind 10 und chapter 1 ja Man hat sich die Chess nicht geholt. Komisch. Und da ist er hierher? Ne. Ne. So, so, so. Nein. Hallo. Hey. Hallo. Ich sehe nichts Da liegt er noch richtig heftig an Loot Ich sehe nichts Ja und das war es dann mit Okay Die Stadt war auch früher immer richtig nice Und der Vulkan war auch cool Früher war das halt anders als in Chapter 2 Früher hat sich halt immer richtig krass die Map verändert Und das dann auch für die nächste Season auch noch geblieben und für die nächste und für die nächste und ist halt einfach für immer geblieben Okay 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 Und ja das ist einfach krass Was soll ich tun Nicht da hingehen auf jeden Fall Ich brauche Munition Ja tot So jetzt noch eine Runde mit einem coolen Skin Also alle Skins die ich benutze waren cool aber der ist auch cool Alles und cool Natürlich kein Chest Okay 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 So Okay 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 Let's go Ja, okay, ähm, die Tastatur ist auf jeden Fall ultra fast und ja, ähm, das war es mit diesem Video, ich würde mich über ein Able und ein Like freuen und ciao.